Hallo Freunde, was geht ab und schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute seid auch nicht nur ihr am Start, sondern heute ist auch mein Ehrengast, Baby Julian am Start. Wir drehen nämlich heute wieder gemeinsam ein Video und ich freue mich schon richtig auf den Tag. Julian wird nämlich heute mein Cheat Day entscheiden. Ja, das wird wild. Und der wird so ein bisschen sein wie dein Cheat Day, oder? Schätze ich mal. Das sage ich mal noch nicht, ne? Ich bestimme nicht, du kriegst ein paar Überraschungen reingedrückt. Und wir sind auch schon auf dem Weg zum ersten Laden, wo wir noch nie waren. Ich weiß noch gar nicht, wo es hingeht. Kannst du mal raushauen. Es geht auf zu Mr. Pancake. Okay Sophia, so. Und hier sind auch schon die ersten Sachen angekommen. Natürlich, ihr Name sagt, Pancakes gibt es für dich. Wir haben einmal hier drei Pancakes. Mr. Bacon heißt das Ganze. Also es sind so diese amerikanischen Pancakes, die eigentlich noch mit Bacon kommen und mit Ahornsirup. Und drei Eiern. Und hier haben wir klassische Pancakes mit ein bisschen schönen Blaubeeren drin. Sehr, sehr geile Sache. Und Puderzucker. Und Puderzucker. Dazu gibt es noch ein Americano. Ein kleines Rätsel, Sophia. Ja. Logischerweise, so wie das jetzt hier steht, was glaubst du, was davon ist für dich? Äh, alles. Falsch. Eins von beiden ist für dich. Was ist für dich? Achso, eins von beiden ist für mich. Das hier. Überleg doch mal. Wenn hier eigentlich Bacon dabei ist und du bist Vegetarierin, wird es dann nicht mehr Sinn machen, dass ich das vielleicht für dich bestellt habe? Vielleicht, ja. Oh, oh. Das ist aber echt eine kranke Kombi. Ahornsirup mit Eiern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Oh mein Gott. Das ist für mich. Ich will auch ein bisschen Spaß haben. Und das Käffchen gibt es auch für dich. Käffchen gibt es auch für mich. Du, gar kein Käffchen? Willst du einen Schluck? Ich, du, ich, du, ich bin schon mal dein Cheater. Ist okay. Dann machen wir erst mal den Ahornsirup drüber, oder? Ja, ich dachte mir, wenn das normalerweise schmeckt, also mit Bacon schmeckt es halt immer ein bisschen anders, aber so müsste es eigentlich auch ganz gut schmecken. Hier schön Ahornsirup drüber. Schön die ganze Flasche. Da habe ich jetzt aber mal richtig gegönnt. Dann probiere ich jetzt mal den Pancake zusammen mit dem Ei. Schmeckt es gut? What the fuck? Es schmeckt voll verrückt. Es schmeckt so ein bisschen wie so... French Toast? Ja. Es schmeckt echt nicht schlecht. Krass. Das Ei ist halt mega, mega süß, aber ich meine, Ei hast du ja auch in Kuchen drin und in allen möglichen Gebäck und da schmeckt das ja auch nicht komisch. Und im Endeffekt ist es ja dasselbe. Ja. Nur, dass es halt angebraten ist. Also es ist echt eine interessante Geschmacksexplosion. Das wollte ich dir jetzt mal probieren lassen. Ich schicke dich vor an die Front, bevor sich das nicht so bestellt. Ein Bacon schmeckt bestimmt ganz wild noch dazu. Wenn man Bacon mag, ja. Ich mag Bacon auch nicht. Auf Hivanio angelehnt. Immer mit der Hand essen. Mhh. Mhh. Oh, köstlich, möchtlich, Alter. Die wissen, wie man ein Pancake macht. Geil. So ein richtig amerikanischer Laden hier, ne? Kommst du richtig, hast du, bist in den USA. Ja. Freunde, das ist jetzt übrig geblieben. Ich habe jetzt mal nicht ganz so krass reingehauen. Ich bin schon satt. Ich hätte zwar noch mehr essen können, aber ich weiß ja noch nicht, was mich heute noch alles erwarten wird. Und ich glaube, Julian wird nicht sparen an einem Cheat Day. Deswegen würde ich mal sagen, machen wir einen kleinen Verdauungsspaziergang. Und dann bin ich schon gespannt, was es als nächstes für mich gibt. Oh Gott. Den Spaß, den ziehe ich mir jetzt noch rein. Und wir sind schon beim nächsten Laden angekommen. Du hast schon gesehen, was ich für dich bestimmt habe. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass ich so Falafel, Hummus, Tahini, Halloumi, Salat heute bekomme zum Cheat Day. Aber ich feiere es übel, weil das ist echt richtig geil und ich liebe so orientalisches Essen. Und es ist ein Laden, wo ich schon häufig hin wollte. Und ich dachte mir, das macht was anderes. Tatsächlich, das ist ja auch, also das kann man auch als Cheat Mehl irgendwie noch durchgehen lassen. Ist auf jeden Fall eine fette Portion, ja. Alles schön frittiert hier. Und ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr geil schmecken. Wir haben hier Halloumi. Mach mal auf in der Mitte. Schau euch das einfach mal an. Oh, lecker, lecker, lecker. Erst mal ein bisschen Hummus. Das ist was, wo ich ziemlich sicher weiß, dass es dir schmeckt. Mhh, boah. Ja, Halloumi schmeckt wild. Vor allem, ach wie geil ist es einfach, dass hier so Granatapfelkern und sowas drauf ist. Das hat 9 Euro gekostet. Das ist ein sehr, sehr, sehr stabiler Preis, ne? Ja. Hab ich gut bestimmt? Mhm. Hatt ich null damit gerechnet. Ich habe jetzt eher so mit Burger oder sowas gerechnet. Ich wollte was anderes. Ich merke schon, ich versuche dich dieses Mal zu überraschen die ganze Zeit. Du kriegst nichts, damit du rechnest hier. Mega lecker. Sim Sim Palafel heißt der Laden, Leute. Geil. Das Ding ist, sei froh, dass du nicht meinen Cheat Day machen musst, weil ich glaube, das wäre für dich ein bisschen zu viel. Ich habe da noch ein Getränk dazu bestimmt. Das was, wo ich denke, dass du es lieben wirst. Mhm. Ich habe schon zwei Stücke genommen. Mhm. Olivenkern. Mhm. So, was haben wir hier? Basilikum Ingwer. Also Basilikum liebe ich. Schmeckt geil. Schmeckt richtig geil. Die Schlücke davor, ob das hat wirklich ich genommen, Leute. So richtig grün, zitronig, limettig, spritzig, ingwerig, schorlig. Geil. Auf einer Skala von 1 bis 10, was gibst du dem, was ich jetzt für dich bestimmt habe? 9,5. 9,5. Ja. Was gibst du dem davor? Americano mit Pancakes. 8. Krass. Dafür, dass das erste eigentlich eher so... Okay, okay. 7,5. 7,5? Ja. Okay. Aber das war jetzt ein Volltreffer, würdest du sagen, ne? Das war wirklich. Also vor allem mit diesen Granatapfelkernen, Hummus, Sahin, Falafel, das liebe ich einfach. Du weißt, dass ich das liebe. Dass du das ausgesucht hast. Ja, sehr gerne. Stabil. Und jetzt gönne ich mir. Sophia schlägt sich gut. Ich kämpfe. Ein Falafel habe ich auch weggestibitzt. Dann lass es dir noch schmecken und ich würde sagen, dann packen wir es auf zum nächsten Spot, oder? Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, auch noch ein, zwei Falafel wegzuschlabern. Ich nehme auch noch was mitgenommen für morgen. Ich liebe so arabische Küche. Sag nicht, das ist arabisch. Nein, okay. Orientalisch? Sag einfach Falafel. Okay. Der nächste Laden geht auch ungefähr in die Richtung, sage ich mal, kulturell. Und zwar was ganz Besonderes, wo Sophia noch nie war. Ich hätte ja jetzt nicht verraten, wohin wir fahren. Wir steigen einfach ins Auto. Ich fahre und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. So, und wir sind 15 Minuten mit dem Auto gefahren. Wir finden uns in Sendling. Das Wetter heute ist echt ein Traum. Hast du schon eine Ahnung, wo es hingeht? Du hast ja vorhin gesagt, irgendwas Orientalisches mäßiges. Habe ich nicht so gesagt, so direkt, ne? Doch, du sagst so etwas Ähnliches in die Richtung. Ja. Also hast du eine Ahnung oder hast du keine Ahnung? Döner? Ne, kein Döner. Keine Ahnung. Es gibt was Süßes. Okay, was Baklava. Du hast bestimmt Bock auf was Süßes, oder? Ein bisschen was Süßes schadet nie. Ja, was Süßes fürs Müsse wäre schon was Neisses. Und zwar geht es zu Lokma Churros. Hättest du Bock auf Churros? Ja. Churros sind geil. Okay, du kriegst aber keine Churros. Du würd' ich euch versprechen. Sondern du kriegst was anderes von mir. Okay, was ist das? Das siehst du jetzt. Ich würde sagen, du wartest hier draußen. Ich bestelle das alles für dich und komme dann mit den Sachen raus. Dann siehst du, was du bekommst. Okay. Essen ist bestellt und zwar bekommt die Sophia Lokma. Und wenn ihr denkt, wir faken das Ganze oder so. Ne, also Sophia ist irgendwo Blumen kaufen gegangen oder sowas. Ich besorge das in der Zwischenzeit. Das ist eine türkische Spezialität und sehr süß. Das ist mit einer Schokolade gefüllt, die so ähnlich schmeckt wie Milka. Und unter anderem auch mit weißer Schokolade und so Pudding-mäßig. Ich drüber noch ein bisschen Pistazien. Ihr werdet es gleich sehen. Schaut sehr geil aus. Schmeckt auch sehr, sehr nice. Ich bin gespannt, was Sophia dazu sagt, denn die hat sowas noch nie probiert. Schaut mal, was Julian mir geholt hat. Ich habe keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Ich sehe hier nur Schokolade. Dann hier so ein bisschen, was ist das? Pistazienpulver, so geriebene, geraspelte Pistazien und Erdbeeren. So ein schöner Erdbeer-Salat wäre jetzt auch was Schönes. Hochsalat. Der Laden heißt Lokma, hier unten steht es, Lokma Churros. Und die ziehen auch bald um. Aber was ist Lokmas? Das sind Lokmas. Was ist das? Probier es. Oh, wow. Das ist ein bisschen Sauerei. Hast du auch eine Serviette mitgenommen? Nein, das schaffst du schon. Lieber Schokolade. Die schmeckt echt geil. Schmeckt sehr schön schokoladig. Nimm mal noch so Pistazien dazu. Es gibt welche mit Schokolade gefüllt und welche mit weißer Schokolade noch gefüllt. Oh, ich hätte lieber mit weißer Schokolade welche genommen. Dann kommen noch welche dazu. Achso, sind da noch welche drin? Sollen wir die essen? Stichst da rein. Nimmst du eins. Ich zeig's dir, wie das geht. Und dann brauchst du am besten Hamsterbacken dazu. Hast du eins mit weißer Schokolade? Pudding? Da ist braun ist drin, oder? Das ist nur ein bisschen der Sauerei. Ist doch egal, das geht um Geschmack. Ja. Also du stellst dich aber echt ein bisschen an. Da ist doch nicht so schwer so Dinge reinzubekommen. Es hat nicht jeder Mensch zu Hamsterbacken wie du. Und ich mag es lieber einen kleinen Bissen zu essen, anstatt den Riesenbissen. So Freunde, wir haben uns jetzt noch ins Gym geparkt, bevor es jetzt dann gleich zum Abendessen geht. Und zwar werden wir jetzt hier schön fleißig trainieren. Mein Outfit ist heute natürlich wie immer von Gymshark. Über den Link in meiner Infobox könnt ihr euch die Sachen direkt bestellen. Ich trage jetzt hier die Adapt Seamless Kollektion mit so einem coolen Butterfly Print. Die besten Sportklamotten, die ihr haben könnt. Checkt den Link und jetzt geht's ab. Training ist durchgezogen. Man fühlt sich immer so geil. Ich kann es jedem von euch nur empfehlen. Und was natürlich nicht fehlen darf nach einem erfolgreichen Training, ist natürlich ein Proteinshake oder irgendetwas Proteinreiches zu euch zu nehmen. Für den Muskelaufbau und für die Muskelregeneration natürlich super wichtig. Ich darf jetzt aber leider nicht entscheiden, was ich mir gönne. Deswegen frage ich jetzt mal Julien hinter der Kamera. Also wir haben hier von Flora Nutris drei verschiedene vegane Proteinpulver. Einmal in der Geschmacksrichtung Salted Caramel, Kirschgeschmack und einmal Vanille. Oder wir haben hier einen Pudding. Das ist ein pflanzlicher Pudding mit Schokoladengeschmack. Und du darfst dir jetzt aussuchen, was ich mir jetzt gönnen darf nach dem Workout. Ist der Pudding sehr aufwendig? Ne. Dann mach den Pudding. Dann mach den Pudding. Schmeckt auch sehr, sehr geil. Dann bereiten wir uns den mal gleich zu. Und für euch Leute gibt es heute noch am 31. Oktober eine geile Aktion für euch. Ihr bekommt nämlich zu jeder Bestellung erstmal natürlich mit meinem Rabattcode 10% blende ich euch ein. Genauso wie ich auch alle Details in die Infobox nochmal für euch packe. Und ihr bekommt zu jeder Bestellung einen Snack eurer Wahl. Wir haben hier einmal den Flora Bar. Dann die Flora Cream. Kann ich sehr empfehlen. Schmeckt so ein bisschen wie Nutella, aber ist deutlich gesünder. Ein Brotaufstrich oder auch für Pancakes etc. Und dann haben wir hier einmal noch proteinreiche Chips. Und ich finde die Verpackung auch richtig, richtig cool. Also schlagt da auf jeden Fall zu, wenn ihr Bock drauf habt. Und ich würde sagen, ich gönne mir jetzt erstmal meinen Schokopudding mit Protein. Und hier haben wir jetzt das Endergebnis. Das ist echt crazy, wie das funktioniert. Ihr mischt einfach nur das Pulver mit Wasser. Und das wird dann so eine richtig krasse Puddingkonsistenz. Also ich wüsste nicht, wie man einfacher einen Schokopudding machen kann, der auch noch viele Proteine hat. Und jetzt, Freunde, geht es weiter mit dem nächsten Cheat. Und ich bin gespannt, was Julian rausgesucht hat. Auf geht's. Und zwar geht es zum Restaurant zur Goldenen Möwe. Beziehungsweise auch sogenannt das Goldene M. Aka McDonalds. Die Goldenen Hügel. Die Goldenen Hügel. Hast du eine Idee, warum wir hier hingehen? Weil du zu faul bist, jetzt irgendwie was anderes rauszusuchen. Nee, gehen wir normalerweise hierher? Nee. Richtig. Hast du Bock hierher zu gehen und dann cheateln? Ja, also eigentlich jetzt nicht so schlimm, finde ich. Echt? Okay, krass. Wenn ich persönlich cheateln mache, ich feiere ja eigentlich nur so Restaurants oder sowas. Ich würde hier nicht herkommen. Und normalerweise gehen wir auch immer irgendwie so... Kommt drauf an, was man bestellt. Ja, mal schauen. Ich bestelle jetzt für dich. Ich dachte mir, wir testen das Ganze mal. Ich weiß, dass viele Zuschauer auch so ihren Cheat-Ape mit McDonalds verbringen. Deswegen machen wir das Ganze jetzt mal. Auch. Mal gucken, was ich jetzt für dich bestelle hier. Gönn dir die Cola mit Zucker, okay? Oh, nee. Ey, wieso? Du wirf machst noch mit Zucker. Gönn mir Fanta. Aufrechen. Du hast einfach den Burger mit Cola und mit Fanta genommen. Ich check das immer nicht. Ich bestelle hier nicht. Oh, du bist zu dumm, um beim Mekki zu bestellen. Ich glaube, das Ganze dauert hier noch ein bisschen. Und da ist die Bestellung angekommen. Was glaubst du, was ist davon alles für dich? Ich weiß, was für mich ist. Die Fanta. Okay. Das hier. Crispy Fries. Oder wie das heißt? Ja. Ligen TS. Ja. Das Cola nicht, weil Cola trinkst du immer. Okay. Und das hier, das hast du dir auch für dich bestellt. Das sind so Shrimps. Okay. Okay, das heißt, das ist wahrscheinlich alles für mich, schätze ich mal. Oder ist das noch für dich? Das ist mein Clary. Oh, ich würde es gerne essen, aber es ist für dich. Ich habe heute nicht Cheat Day eigentlich. Das sieht so richtig aus wie aus der Werbung, gell? Oh mein Gott. So richtig schöne Tomaten, frisch. Aber ich muss auch echt sagen, es hängt auch wirklich die Qualität von McDonald's zu McDonald's ein bisschen ab. Ja, ist halt Franchise, ne? Bei manchen McDonald's ist es richtig geil, bei manchen ist es richtig ruck. Dieses Gumpi, da wollte ich nicht Nein sagen. Eigentlich esse ich nichts, aber ein schönes, romantisches Cheat Day Date. Bei McDonald's, Schatzi. Dann würde ich sagen, Sophia, gönn dir dein Cheat Day Meal. Und fertig gegessen. Es war ein Kampf, aber Julian hat mir geholfen, zum Glück. So Freunde, das war es auch wieder mit dem Cheat Day aller Julian. War auf jeden Fall sehr schön, dass du wieder am Start warst bei mir. War ein echt cooler Tag. Morgen drehen wir auch ein Video für Julians Kanal, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Check das Video auch ab. Sag mal ganz kurz dein Fazit für den heutigen Tag. Hat es dir gefallen oder nicht? Es war viel auf jeden Fall. Wir waren viermal essen. Viel, es war süß, aber es war auch gut. Und ich habe auch ein paar neue Sachen entdeckt, die ich vorher noch nicht gegessen habe. Und das fand ich sehr gut, weil ich liebe es immer, neue Sachen auszuprobieren, neue Sachen zu entdecken und alles kulinarisch zu erkunden quasi. Und du hast von nichts vorher gewusst, was ich dir bestelle, ne? Das war wirklich jedes Mal eine Überraschung. Aber hast du gut gemacht. Also Freunde, checkt Julians Video noch gerne ab und sonst würde ich sagen, over and out und wir sehen uns beim nächsten Video. Nächste Woche kommt ein Video aus Amsterdam. Ja, nächste Woche sind wir in Amsterdam. Das wird richtig heftig, Leute. Da könnt ihr euch ja auf was freuen. Bis dahin, over and out. Tschüssi. Bis dahin,. Bis dahin, Over and Out. Ganz sicher hochgerissen, durch die Wandasen, durch die Hallen, hochge rental schluss programmaatria, und unserfahrer bringt in ganz 8 cụm, verm明islicher nachdem Überschuss die erste Zeit.